Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von FloTV. Hallo, heute möchte ich euch ein neues iPhone Case vorstellen. Und sollte ich es einfach mal auspacken. Aha, so ein typisches Amazon Paket gekommen. Und hier drin ist es. Uh, ist das cool. Ja, das Case. Da muss ich einfach mal die Hülle aufmachen. Monkey Case, so, so. Ja, das ist cool. Hallo, wie auf A jetzt. So, auch weg. Das Case ist für mein iPhone. Und wie ihr seht, sieht das hinten aus wie ein iPhone 5s. Und das werde ich jetzt gleich mal anlegen. Klick. Cool. Das ist ja mal richtig cool. Sieht aus wie ein iPhone 5s. Und auch sehr gut ausgespart. Und natürlich wird auch ein Review für die Handyhülle rauskommen. Im Laufe dieser Woche oder vielleicht auch nächste Woche, aber eher diese Woche. Und für mein iPhone, mein iPhone 4s, jetzt 5s, nein, wird auch im Laufe dieser oder nächster Woche noch ein Review rauskommen zum Thema iPhone. Dann bedanke ich mich fürs freundliche Zuschauen. Ja, jetzt ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020